Seven vs. Wild ist vorbei und die Teilnehmer sind inzwischen wieder zurück in Deutschland. Nach Ende der Staffel posteten die Teilnehmer Bilder, auf denen ihre körperlichen Veränderungen zu sehen waren. Ein Bild sorgte bei den Fans für gemischte Meinungen. Fritz Meiniker. Was fällt jetzt dabei auf? Auf den ersten Blick scheint er einfach nur sehr dünn geworden zu sein. Aber das ist nicht alles. Wenn wir einen genaueren Blick auf die Holzlatten im Hintergrund werfen, sehen wir, dass der Steg eine sehr außergewöhnliche Form hat. Fritz hat das Foto also sehr wahrscheinlich gephotoshoppt. Aber warum? Einige denken, er sei früher ausgeschieden. Jedoch sollten die Zuschauer von Fritz wissen, dass ein solcher Post nur der Provokation dient, aus der sich Fritz dann einen Spaß machen kann. Ansonsten hätte er das Bild auch niemals so auffällig bearbeitet und diesen lässigen Borat-Bikini getragen.